Mir geht es aber ja sogar wenig um die Soldaten, weil die kommen ja wieder. Mir geht es vielmehr um die Kanonen. So. So, und die Einser, die sind auch alle fein raus, oder? Dir geht es super. Dir geht es ganz gut. Dir geht es super. Bist du auch ein Einser? Ne, bist du nicht. Du bist irgendeine komische Schifffahrt. Du bist die drei, genau. So, da unten sind ja meine Kanoniere hops gegangen. Leider. So. Gut, im Grunde gibt es hier eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ja. Er verhungert jetzt im Prinzip. So. Können wir mal da hinfahren. Also das Routing von manchen Schiffen ist echt seltsam. So, wir betrachten... Wir hatten greifen euch an. Oh, Mann, ey. Soldaten sind ausgebildet. So, du kannst da hinfahren. Bin fast am überlegen, ob ich nicht noch die Piraten ausrotte. So, die Eins. Die Eins kann jetzt nämlich da diesen Hafen platt machen. So, eine Werft hat er nicht. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Geh bitte wieder auf deine Route. Okay, das war ein Einser, das ich gar nicht als Einser wollte. So, das Kaputte ist das da. Alles klar. Super. Okay, wir sind hier unten. Und wir warten hier unten einfach. Man sieht ja... Man sieht ja, wie die Bevölkerung zurückgeht. 634, das merken wir uns mal. Wahrscheinlich steigt die immer wieder, wenn der Händler irgendwas verkauft. 631. Eine Einheit wurde ausgebildet. So, wir haben wieder ein paar ausgebildete Einheiten. Das heißt, ich könnte mit denen eigentlich mal da hingehen. Und da hingehen. Dann würden wir mit denen ja quasi da angreifen. So, du kannst mal auch da hingehen. So, ihr hier. Ihrchen Bierchen. Ähm... Der scheint immer noch genug Kohle zu haben. Und vor allem, was noch viel wichtiger ist als Kohle, genug Ressourcen. So, könnt ihr hier... Ihn angreifen. Äh... Sag mal, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Mal ernsthaft. Ich muss sagen, das hat er clever gemacht. Ich meine, natürlich bin ich der Befeuerte, aber es ist trotzdem... Äh... So... Dann machen wir wieder, dass wir vier sind und dann sollte das ja klappen. Soldaten sind ausgebildet. Ja, das ist panisch. So, ähm... Und die Bevölkerung sinkt und sinkt und sinkt. Mein Essen hat er genug, also unter Siedler kommen sie nicht. So, wir speichern nochmal. Wie gesagt, das ist mit diesen... Ähm... Ist immer recht langwierig. So, wir sind jetzt drei. Ich brauche mindestens vier für einen Turm. Und dann sterben noch zu viele. So, zack, zack. War aber nur einer. Ähm... Was wollte ich denn hier hinten gucken? Ja, da wollte ich gucken. Genau. Hier oben. Hier oben. So, und dich wollte ich reparieren. Und den hier wollte ich eigentlich auch reparieren. Also den nicht, aber warte mal. Bei dem kann ich eigentlich mal sagen, rute. So, du kannst ablegen. Wunderbar. Und dann hast du den. Soldaten sind ausgebildet. Und dann kannst du da wieder hin. Und dann ist, wenn das nächste Schiff repariert ist... Äh... Wieder ein Typ repariert. So. Doch, und wenn ihr mir jetzt wieder so eine Scheiße zusammenlauft, dann dreh ich halt durch. Mal wieder. Hab ich sonst noch eine Insel? Ja, hier. Bam. So. Wunderbar. Okay. Ähm... Dann würde ich sagen... Ah ja, da ist er ja. Läuft er wahrscheinlich unten um, der Depp. Dum-pum-pum. Dududur. D-d-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. quasi so genau wunderbar und dann macht doch mal diesen wachtturm platt wunderbar so geht es nämlich okay der nächste wachtturm der nächste wachtturm während der soldaten sind ausgebildet so dann geht mal dahin okay wir haben es nicht überlebt genau schade ein bisschen schade aber ich muss ja nur noch zwei wachtturme das heißt ich brauche nur acht leute so die ich weiß nicht ob ich zwei vierer mache oder vielleicht ein sechser oder doch achte eigentlich eigentlich wäre mehr schusskraft sinnvoller kommen hey hierhin da will ich dich haben sonst nirgends kommen mir nicht auf die idee blödsinn zu machen ein schiff wurde repariert wunderbar das heißt dieses reparierte schiff kann wieder ganz regulär seine route annehmen und der hier annehmen aufnehmen oder habe ich ja auch noch ein möchte und noch irgendein rumstehen ja ich habe noch umstehen dann würde ich den noch mal holen so so 538 37 durch die gasten ein feuer schweigt kommt da die feuerwehr hin müsste die 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 ein schiff wurde repariert wunderbar und dann schauen uns das schiff noch mal an wo ist es und sagen sie dir wie gibt dich wieder auf deine route eine einheit wurde ausgebildet das ist auch nicht schlecht so bist du ja du bist der wunderbar dann würde ich nämlich mit dir dahin fahren und mit dir die dir steuerung schiff und dann fahren wir wieder zurück und vielleicht sogar mal dahin wunderbar okay wir haben eine einheit die ausgebildet wurde die heißt das heißt die können wir umziehen dann würde ich hier sagen tak 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 wir brauchen ja so ein paar ich würde jetzt auch ganz gerne drauf warten dass wir einen etwas größeren schlag haben damit mir halt wirklich endgültig das zeug platt machen so und ich glaube hier wird einfach nur drauf gewartet auf der haupt insel könnte ich eigentlich auch mal wieder werkzeug bauen auf der anderen seite ist es auch nicht so unbedingt nötig ach perfekt so kannst du raus und dann kannst du wieder hier unten hinfahren so und dann machen wir hier vielleicht mal steine technisch ein bisschen mehr so und dann können wir eigentlich mit dir da hinten wieder steine holen gehen aber das brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht warum mal hier okay gab es gerade nicht aber der kann noch mit dir da hin denn dann neue soldaten sind verfügbar das ist auch gut dann könnt ihr nämlich dahin immer theoretisch können wir jetzt schon angreifen aber theoretisch ist immer ein schlechter plan lieber ist praktisch also theoretisch ist ein schlechter plan ist natürlich gelogen aber so gut was möchte ich jetzt ich möchte mir kurz überlegen bevor ich mich hier wieder ins verderben stürze eigentlich müssten okay eigentlich müssten die ja schon ausreichen also dieser schub hier ja das sind noch zwei türme so fällt mir ein ich könnte mit den schiffen hier jetzt eigentlich mal diesen turm angreifen ach ne och menno so da sind wir wieder du wirst repariert bitte du wirst repariert bitte so ihr seid steuerung 1 ihr macht diesen schiff hier platt ach so also ich habe irgendwie gut dann würde ich mal schauen wo ist mein meltami ist es oder ja meltami ist es meltami ist der gehen wir auf deine route ja okay ich lasse jetzt erstmal die dinge hier voll bauen so hier haben wir steine so eine einheit wurde ausgebildet genau ich lasse diesen angriff jetzt erstmal außen vor den will ich jetzt erstmal gar nicht durchführen so mit dir düse ich mal nach hause und lade steine ein und holz du wirst repariert genau und du du kannst dich auch reparieren lassen so so dum 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 so wie gesagt ich will die insel da oben jetzt eigentlich endlich fertig haben ich will da gar nicht mehr groß rum fackeln so den und da haben wir die bäume weg gemacht ähm also falls sich jemand wundere warum es wieder so aussieht wie vorher es sieht deswegen wieder so aus wie vorher und hier will ich ganz gerne einladen hier will ich einladen 50 tonnen steine 100 tonnen holz werkzeug lass mal da so aber eigentlich eigentlich kannst du da hinfahren ... ... ... ... ... ... So, wie gesagt, ich denke, ich mache jetzt diesen Aufbau fertig. Und dann sollte ich damit die restlichen Türme platt kriegen. Hoffe ich. Nee, hoffe ich echt. Ich habe echt keine große Lust mehr noch endlos auf dieser Insel rum zu geiern. Also vor allem eiern. So, ähm. Schiffsreparatur beendet. Dann speichern wir das schnell. Wir flitzen zu der Insel, wo die Schiffsreparatur beendet war, reparieren das nächste Schiff, nehmen das reparierte Schiff und sagen, du darfst wieder auf deine Tour. So, genau. Und das Schiff kann dann ja auch wieder auf seine Tour. So, und das ganze Dilemma ist ja damit angefangen, dass ich leichtsinnigerweise den unteren Turm da angreifen wollte, oder? So war das doch. Oder bin ich irgendwo anders angegriffen worden? Ich weiß es nicht mehr. Aber das war das Schiff. Doch ich weiß es nicht mehr. So war das Schiff. So war das hier mit der Umância besonders schifft.